Applaus Vielen Dank. 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 Yes. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes. 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 Die Menschen gehen mir unter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es steht in der Finalspiel, in der regulären Spielzeit keine Siedler gefunden und somit gehen wir direkt zum Penaltyschiessen. Bei den Grossen fahren wir vor den Penaltyschiessen mit fünf Schützen. Sollte es nach fünf Penaltys pro Team immer noch unentschieden stehen, dann geht es immer um eine Penaltyschiessen. Genauso ist es auf dem Feld C, im Spiel um Platz 3, unentschieden ausgegangen. Sollte es nach fünf Schützen immer noch unentschieden stehen, dann geht es weiter. Hier ist es um ein Penaltyschiessen, bis es entschieden ist. Vielen Dank. Nach dem Penalti-Schiessen bitten wir alle EF-13-Mannschaften, die unser Heimweg antreten haben, sich unterhalb vom Schüriertisch zu besammeln für die Sieger-Edit. Nach dem Penalti-Mannschaften, die die Sieger-Edit sind, die Sieger-Edit sind, Vielen Dank. «Siegel!» 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 «Gelächter!» «Ich hauset uns den Altifolvince!» «Siegel!» «Ich schau mit der Bühne!» Applaus Ja, aber da ist Auto. 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 Auto. Applaus Applaus Nummer 10, Luca Blumann, 18 Barber, 4, 3, 4 Applaus 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 Mark Mihaljević Mark Mihaljević Amen.